Wir sitzen hier vor meinem neuen Bildschirmhintergrund und das ist nämlich das allererste Nmap-Bild, das Nmap aufgenommen hat. Was wir hier sehen ist Istanbul, also der Großraum Istanbul mit dem Bosporus ganz prominent in der Mitte. Hier links haben wir das Bild dargestellt in Echtfarben, wie es auch das menschliche Auge erkennen würde. Aber Nmap hat natürlich noch viel mehr Farben als nur dieses Rot-Grün-Blau. In der Mitte sehen wir dann zum Beispiel in Falschfarben dann auch vor allen Dingen sichtbares Licht und Infrarotlicht. Aber hier ist dann extra gehighlighted, verschiedenes Pflanzenwachstum, wo wir erkennen können, welche verschiedenen Pflanzen und dann eben auch Informationen über die Zustände der Pflanzen gerade hier aus diesen roten Bereichen ableiten können. Ganz rechts ist dann ein Infrarotbild dargestellt. In dem Infraroten sehen wir hier vor allen Dingen, poppt da sehr stark hervor, die Beton- und Tonmineralien, die wir da sehen. Das ist dann vor allen Dingen eben sind das Straßen, große Flächen oder eben auch die Hausdächer und mit ihren Tonschindeln, was hier ganz prominent hervorkommt. Aber man muss dabei bedenken, das ist das allererste Bild, das Nmap genommen hat. Und schon jetzt sind wir in der Lage, aus diesen Daten sogar auch Rückschlüsse auf zum Beispiel hier Algenwachstum machen zu können. Was wir hier sehen, ist der Chlorophyll-Gehalt, also das heißt die Menge an Algen, im Grunde genommen, die im Bosporus vorhanden sind. Das ist im Bosporus ganz besonders ein Problem. Gerade die stehenden Gewässer führen dazu, dass da sich Algen vermehrt ansammeln und wir sind eben in der Lage nicht nur zu erkennen, wo es viel Algen gibt. Wir sind sogar schon mit diesen allerersten Daten in der Lage, wirklich zu messen, wie viel Algen dort vorhanden sind. Und das ist natürlich ein fantastisches Ergebnis für die allerersten Messungen, die Nmap überhaupt von der Erdoberfläche schon nimmt. Und ich bin wirklich sehr glücklich, das heute präsentieren zu können.